Willkommen bei Interior. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Schuhe total schön und ordentlich verstaut. Ich präsentiere drei smarte Lösungen und ich bin mir ganz sicher, da ist für jeden von euch was dabei. Zuerst einmal solltet ihr euch natürlich Gedanken darüber machen, wie viele Schuhpaare ihr überhaupt verstauen möchtet. Könnten die Winterschuhe im Sommer vielleicht auch woanders aufbewahrt werden? Lösung 1, Klappschränke. Vor allem in schmalen Räumen sind Klappschränke super hilfreich. Überlegt euch bei der Planung, ob ihr lieber in die Breite geht oder in die Höhe. In jede Klappe passen drei Paar Schuhe. Das heißt, wir haben Platz für neun, zwölf und 15 Paar Schuhe. Übrigens, mehr Tipps für kleine Flure gibt es hier. Dieser Schrank hier ist aus Nussbaum mit geriffelten Fronten. Das Material wirkt besonders warm. Und hier gibt es Platz für ca. 20 Paar Schuhe. Musik Lösung 2, Spiegelschränke. Ich sag's ja immer wieder, nutzt mehr Spiegel, vor allem in kleinen Räumen. Total praktisch sind daher verspiegelte Schuhschränke. In diesem Fall besonders cool, dieser Schrank verschmilzt mit dem Spiegel. Man sieht keinen Türgriff, die Ränder ähneln einem Spiegelrahmen und das ganze Möbelstück scheint zu schweben. Musik Wenn ihr mehr Stauraum braucht, ist dieser Schuhschrank mit Spiegeltür perfekt. Hier passen ca. 24 Paar Schuhe rein. Musik Lösung 3, der modulare Schuhschrank. Perfekt für all diejenigen, die flexibel in ihrer Einrichtung sein wollen oder ein Familienzuwachs dazu kommt. Das Schöne dabei ist, ihr könnt sie komplett frei gestalten. Ganz schön praktisch. Musik Et voilà, der Schuhschrank ist so immer erweiterbar. Auch wenn ihr mal umziehen solltet, ihr werdet einen Platz dafür haben, weil ihr ihn so formen könnt, wie er in eure Wohnung passt. Musik Musik Die Klappen sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Zum Beispiel auch in knalligen Farben, wie rot oder grün. Und welche dieser Lösungen passt zu euch? Und habt ihr vielleicht noch Ideen, wie man Schuhe schlau verstauen kann? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, liked das Video, abonniert unseren Kanal. Und wir, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ganz sicher. Bis dann, eure Katrin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020